Ich habe mich für die COSMO entschieden, weil ich vom ersten Moment an das Gefühl gehabt habe, ich habe darin ein familiäres Umfeld. Weil das Vorstellungsgespräch gepasst hat, weil die Atmosphäre, in der das Gespräch stattgefunden hat, gepasst hat. Es war für mich ein innovatives Unternehmen und es war so ganz anders, als was ich vorher gemacht habe, oder in welchem Bereich ich vorher tätig war. Und ich habe mich einfach wohlgefühlt. Wir suchen laufend seit vier, fünf Jahren durchgehend Mitarbeiter und wachsen jedes Jahr zwischen 10 und 20 Prozent weiter, sowohl vom Umsatz, aber auch was Mitarbeiter angeht. Die Arbeit ist innovativ, manchmal mutig. Was ich ganz besonders schätze, ist eigentlich diese offene Du-Kultur. Ich finde, das macht das Ganze irgendwie freundlicher und man weiß, man kann offener miteinander umgehen, man kann seine Meinung ehrlich preisgeben. Also das ist für mich eigentlich das, was ich am meisten schätze.